Ja, mich gerade voll erschrocken. Ich denke, wir sollten deine Eltern suchen. Wirklich? Ja, du musst wissen, ob sie okay sind und wenn sie nicht sind, was passiert zu ihnen? Ach ja, das war ja das Ding. Ich kann nicht wundern, dass du dich in der Savanne getrennt, Clementine. Ich habe deine Eltern hier. Und du bist sicher, mich zu finden, ob sie oder nicht wollen wollen. Jetzt, was ich brauche... Ich weiß nicht, aber ich glaube, dass wir glücklich sein werden, wenn wir herausfinden. Ich sag's mal wie der große Kalamari und irgendwie... It's a trap. It's a trap. Ja, und die Papiere, das passt sich. Ja, nee, geht noch eine Entscheidung an. Und weiter geht's. Ich finde es schön, dass die immer so eine kleine Zusammenfassung haben. Ja, macht's wirklich tatsächlich sehr gut irgendwie nach einer Woche. Ist der Viking dead? Oder zwei? Ja, in dem Falle zwei, ja. Richtig. Savannah. Ich bin wirklich gespannt, ob wir Clementines Eltern finden. Gloria fast nicht. Aber der natürlich echt cool irgendwie. Ja, aber ich... Also, ich hab da auch wenig Hoffnung bei. Auch nicht, Benny. Auch nicht. Leider. Kannst du mir auch nicht vorstellen. Ah, wie sind wir mit Conny? Ah nee, sind alle. Hinter jeder Ecke. Na toll. Ach ja, der hat ja so ein gebrochenes Bein. Ja, er hat ja letztens... Genau, er ist ja episch abgeschmiert. Aber dafür können wir noch nicht zu laufen, wa? Joa. Und wir haben Clemy die Haare geschnitten und wir haben ihr die Cheesen beigebracht. So ein bisschen. Kann wahrscheinlich von Nutzen sein. Oh, okay. Okay. Just for a little while. We're getting real close to where my mom and dad are. Maybe I can... Maybe I can... Okay. 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 His leg's pretty bad. I'm fine. You're not fine. You need to rest. He needs to rest. Kenny. How much farther to the riverfront? There should be just a few more blocks up ahead. And there'll be boats there? Sure as hell better be. There'll be boats. Have to be. Have to be. Okay, a boat. It's going to be okay. Kenny knows what he's doing. Und du bist ja ruhig. What the hell? Ach du Schander. Maybe this city is not so dead after all. Okay, they're moving. No one is hitting that bell. It's all mapped. On a timer. Or not. Or not. Or not. Or not. Or not. Someone's up there. Are you sure? I don't see anything. I know what I saw. I'm telling you there's someone up in that bell tower. Someone alive. If I were you, I'd get out of the street now. I thought you said that thing didn't work. No. Hello? Are you there? I'll try a slow step, somehow. Before we get here again. What the hell was that? Is someone trying to fuck with us? It sounded more like a warning. Ask not for whom the bell tolls. What are you yammering on about? I'm sorry. I'm sorry. Well, that's of course clear, right? It was loud. Now the hearts of us come through the clock. Why? Oh, freeze. We have freeze. Oh, a short freeze. Kenny, have you started the recording? No. I don't even know. Well, we have to do a part of the stream. Everybody run! My hand is three. Ah, no. Kenny, no! Kenny! Shoot to kill! A little too close. Don't you think? Ben! Oh, no! Oh, Ben! Help her! Oh, Ben! Oh, Ben! Oh, Ben! Boah, mach irgendetwas, man! Oh! 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 Er zieht sich ab, ja. Okay. Gar nicht so. Ich hab ihn nur gekriegt. Oh, Benner, Alter. Penner. Oh, Scheiße! Chuck, nein! Oh, Kacke! Oh, Kacke! Oh, okay. Na, wir müssen... Ich muss die Kleine wegnehmen. Ansonsten war das jetzt alles umsonst. Ich will ihm helfen, aber das ist scheiße. Wir können nicht. Oh, okay. Das hier war das von alleine. Oh, damn. Ach, Gott. Ach, Gott. So, okay. Ich möchte am liebsten Ben jetzt erstmal niederschlagen. So, warte mal. Hier können wir... Können wir damit reinstellen? Okay, können wir nicht. So, was haben wir da? Ein Bronin? Oh, ein Grab. Nee. Ein Bronin, sagt er. Nee, ein Grab ist nicht gut. Aber was? Was wurde da vergraben? Wahrscheinlich ein Hund. Oh, du isst gerade was schönes. Was schnabelst du gerade? Ist echt gerade Brezeln. Salz, Brezeln. Schön, schön, schön. So, wir... Ah, hier ein Sparten. Ein Sparten. Kann man auch gut eins wachen. Na, ich würde jetzt erstmal kurz eine Runde buddeln gehen. Meinst du, du findest da... okay? Na, wer weiß, was da vergraben wurde? Ich hoffe, Waffen. Was ist denn noch? Macht er mich? Ja, du musst... ja, genau. Oder? Okay, wir müssen erst also rein. Hm... Danach können wir buddeln. So, ich spreche jetzt mal mit Absicht mit Kim. Und versuche mal erstmal... ins Hauszug. Okay, wird er niemals durchstoßen. Jetzt probieren wir das mal. Und wir müssen den Sparten machen. Na, viel interessanter ist unten die Klappe, die Hundeklappe. Kann man die nicht irgendwie anderweitig, äh, äh, aufmachen? Also ich meine, da ist ein Sensor dran und der ist rot. Ja, okay, cool. Der Hund ist verbuddelt und wir brauchen wahrscheinlich... den Schilpert. Ja, genau. So. Tja. Tja. Tja, ich wollte so kalten Hund. Wahrscheinlich. So. Schwubbidiwub. Schwubb. 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 Katugel. Hey, be careful. Tote Tiere haben wir tatsächlich... Gibt's, glaube ich, so ja, nicht bei Walking Dead, wahr? Die wollte grad fragen, ist das ähnlich wie bei Resident Evil? Nee, mit den Torsonen? Okay. Nicht, nicht laut Fernsehserie, sagen wir mal so. Okay, okay. Oh, guck mich. Watt, watt. Oh, bleib weg, Mordi. Nichts. Clem, geh über und sitz mit Christa und Omi, okay? Aber ich will... Mach nur was ich sage, okay? Oh Gott, der Schuch. Naja, gewisse Sachen muss sie ja nicht immer sehen, oder? Also... Naja, naja. So. Take it. Oh. Oh. Okay, das ist nicht cool. Oh. Okay, das ist nicht cool. Okay, das ist nicht cool. Okay, ich glaube, kein Zug, dass Cammy das nicht gesehen hat. Okay. Ich bin gut, honey. Es ist nur das Schuch. Okay. Ich bin sicher, du bist... Ich sagte, ich bin gut, okay? Oh. Schwanger? 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 Ja, bist du sicher, dass nicht... Nein, nein. Schon gut. Okay. Ihr könnt wetten, sie schießt, schießt prägnant. So, jetzt müsste ich, glaube ich, wieder Clemmy durchschicken, ne? Wahrscheinlich. Aber die sind ja schon für Clemmy. Also, ich würde auch fast sagen, ne, jetzt gucken. Ah, es wird lauter. Achso, er versucht jetzt von außen, einfach nur die Tür zu öffnen. Ja, genau, von außen. Ach, mann, Clemmy. Ach. Clemm, was sehen Sie da? Okay. Tada! Tada! Gut, Clemm. Ja, Weg zu gehen. Ich habe gut gemacht, oder? Ja, du hast es. Du hast es gut gemacht. Können wir vielleicht eine Gespräche in der Mitte hören? Meine Lüge starten zu schmerzen wie hell. So, das wäre natürlich cool, wenn wir uns da erstmal für eine Weile verschanzen können. Everybody in! Na gut wäre auch, wenn in der Medizin oder Munition oder irgendwas eben halt noch so zum, ne, aufrüsten da ist. Es ist ein... Oh, da ist sogar... Patpatt! Achso, der Sack voll Patpatt! Patpatt! Wer nicht weiß, was Patpatt ist? Ja, Babe, komm, ich... Also, komm mal raus, ich sage, du bist schwanger. So, wenn were you going to tell us about the radio? Tell you what? That it's working. That there's someone else on the other end of that thing. You didn't think that might have been worth sharing with the rest of us? I was going to tell you. Ken and I only found out yesterday. So both of you were keeping it from the rest of us? Great. Who gives a shit about the damn radio? I'm more worried about whoever it was out there ringing that bell and bringing the dead down on top of us. It's like they didn't want us to make it to the river. What makes you think, it's not the same person? Whoever was on the radio was close enough to see us in the street and we didn't see anyone else other than the guy in the bell tower. Because that doesn't make a lick of sense. Why would they bring out the dead like that and then try to warn us about it? How much sense does anything make any more? In case you haven't noticed, there's a lot of twisted folks out there these days. If the dead don't play games with them. Whoever that was on the radio. I think they were trying to help us. They did warn us, didn't they? Maybe they were. But whoever it was, they're watching us. Hmm, okay. And they don't want us to know who they are. I can't think of any explanation for that, that would make me feel better. Can you? I think we could all use a little time to rest up and gather our thoughts. With Chuck. At least until those walkers outside wander off. No, Chuck is still better, quick. I'm not going to wait around here too long. Chuck, Chuck is... Fuck, Chuck. Yeah. Leider. I'll feel better when we know that for sure. We need to protect the whole house. All right. You and me will take the upstairs. Lee, you've got down here. Make sure you check every door, understand? Okay. Can I help? What if there's another locked door? I think you've been helpful enough for one day, kiddo. Why don't you just see if Kristin and Omid need anything, okay? Okay. Okay. So, we're interested in, ob das Wasser nur läuft. I'm not that hungry. So far, I need to finish checking the downstairs. Hmm. Also... Ich sag mal, wenn der Magenknot irgendwie und ein Stein noch da ist, irgendwie so Trockenfutter, ich glaube, so schlecht kann's ja nun nicht sein, irgendwie. Das ist klar, ist jetzt nicht geil, irgendwie. Und ja, auch jetzt nicht meine erste Wahl, aber... So, vielleicht ist ja noch ein Hamster an der Mikrowelle. Er hat einfach auf Start gedrückt, ich dachte, so... Ja. Das ist einfach... Können wir mal kicken. Vielleicht ist da noch... ein heißer Kakao drin oder so. Wer weiß. Mein Hund, Walter. Oh Gott. Walter geht's nicht mehr so gut. Ja, das sieht auch sehr leer aus hier. Ich würd sagen, das Ding ist hier schon geplündert, oder? Ist auf das Hundefutter. Tja, das wird wohl auf ne schöne Portion Patpatiale rausgerufen. So. Okay. Gucken wir uns mal um. Ja, oder... Da ist wieder so ein Resident Evil Mechanismus. Finde A und B und dann... So ein Shampoo, der wir machen wüsste. Ja. Naja, aber wir können... Nimm doch trotzdem mit, irgendwie. Wir können doch tauschen, oder irgendwas. Vielleicht... Wie ist es? Beschissen. Um es mal ganz salopp zu sagen. Ganz schlecht. So, hier haben wir noch einen schönen Rennbrand. Ach. Schön. Nicht genau mein Stil. Ja, das ist auch wichtig. Ein Klo und Klopapier. Sehr hesse Klopapier. Ein viel zu unterschätztes Utensil, Mann. Der Apokalypse. So, hier haben wir noch ne Tür. Ach du Scheiße. Ich würd' mal erstmal... die untere Etage checken. Okay. Go in! Jesus! Okay. Was... Was ist passiert? Es ist nichts. Nur... nichts. Was ist denn das für ne... Echt? Ne Doppelflügeltür für ne Abstellkammer? Das ist aber... Donnerlittchen. Kann man machen. Kann man machen. Okay. Okay. So. Hier würde ich jetzt nochmal kurz schauen. Diese Haltung jedes Mal. Oh. Ist aber dunkel. Mit Schrank. Oh. Oh. Unten ist die Luft erstmal rein. Oh. 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 Deine Halt. Wenn ich die Weg jetzt klasse. Haben Sie sicher? Oh. 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 Und wenn sie weiß, wer der Mann auf ihrer Radio ist. Es ist okay, honey. Du kannst uns erzählen. Wer ist er? Was will er denn? Geh hier, Clem. Es ist okay. Du bist nicht in any trouble. Es ist nur ein Freund. Ich glaube, er will uns nicht schützen. Was hat er dir gesagt? Was hat er dir gesagt? Ich habe ihm gesagt, dass ich meine Eltern finden werde. Und dass sie in Savannah waren. Er ist wirklich nett. Ich glaube, er will mir helfen, sie zu finden. Clementine, honey, trust me. Das ist nicht, was er will. Er... Lee? Lee, du musst jetzt hier hochkommen. Was ist falsch? Es ist Kenny. Äh, was? Kenny? Er hat den jetzt schon wieder gemacht. Kenny sagte, er dachte, er hat etwas gehört. Er ging, um zu schauen. Er ist da? Vielleicht ist es immer sehr hoch. Ich kann nicht mehr hoch. Komm runter. Nee, 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 nee. Bleib hier. Der Junge hat da Schiss ohne Ende. Er traut sich doch nicht. Naja, vor allen Dingen ist das halt hoch. Ich meine, überleg mal, was Kenny für Schicksalsschläge jetzt drin gekriegt hat. Irgendwie. Erst hat sich die Frau erschossen, und dann musste es so ein Kind erschießen. Also. Ich... Na. Was er überhaupt noch einen Meter läuft, ist überhaupt ein Wunder. Kenny? Kenny? You okay, man? Nee, das wird schon eine Frage, ey. Oh, Jesus. Was zur Hölle ist das? Oh, mein Gott. Abgekämpft. Ach, du Schande. Der Sohn. Ach so, aus der Familie. Oh. Er hat aber wahrscheinlich Ähnlichkeiten mit seinem Sohn. Mit Duck. Ach. Oh, nein. Du kannst es jetzt nicht tun. Ich kann dich nicht fragen, ob ich dich dazu zwingen sollte. Ich will nicht, dass das nachher noch mal irgendwie relevant wird, dass er irgendwie was kann, aber... Ich möchte ihm nicht zumuten. Ich glaube, dass wir das selber machen, oder ob wir hätten einfach gehen können. Also, war das ja die Möglichkeit, zu sagen, so, okay, komm, lass uns gehen. Naja, aber du kannst ja jetzt halt nicht... Oh, okay. Du musst versucht, hier zuhören, bis du zu Tod zu sterben. Oh, das könnte Klimentai sein, wenn ich sie nicht eine Idee gefunden hätte. Mach's mal... Oh. Also, auf jeden Fall nicht mit der Waffe, weil... Waffe ist halt zu laut. Lautstärke ist genau, richtig. Ich... Na, mit dem Fuß? Oh, weiß ich nicht. Ja, aber Fuß ist mir wohl ein bisschen zu makaber. Ich meine, das ist halt ein Zombie. Das ist halt kein Kind mehr. Das ist halt ein Untoter. Muss man, ich glaube, ganz klar so sehen. Oh, was ist das denn? Ich habe zu mir nicht mit der Waffe, Alter. Na... Schwierig. Ja, mach dem jetzt ein Ende, Alter. Löst den. Los! Echt, man muss... Ja, trotz Comic-Stil, wirklich... explizit. Wir sollten ihn zu retten. Jetzt, hör auf. Wir... Nein! Zu dem Hund oder zu Walter zusammen? Ach Gott. Zu Walter wahrscheinlich, ja. Ja, jetzt siehst du da, macht ein Wohnzimmer jetzt lang, oder was? Ja, das würde er jetzt hoffentlich nicht machen, also er würde jetzt nicht dran vorbeilaufen bei Clementine und sagen, Ja, guck mal, wie wir ihn noch gefunden haben. Oh, ist das scheiße. Aber wird auch nicht leichter, wird nicht leichter. Ja, irgendwie, das ist halt, sind schon echte Dinger in die Magengrube hier, irgendwie. Ich meine, man kennt den Jungen jetzt nicht, aber so der Schicksal ist schon echt finster, ey. Oh, nee. Ach, Mann, ey. Oh, ist egal. Ja, jetzt noch. Na, was, willst du jetzt loslegen, oder was? Sollen wir uns den jetzt noch angucken, oder was? Ich habe keine Ahnung, also... Sollen wir jetzt noch was mit ihm machen? Hm, noch. Oh, nee, okay. Okay, also, ihr schaut ihn sich einfach noch an. Aber warum? Ne, ist ja nicht. Ihr möchtet auch ehrlich gesagt nicht, irgendwie, das ist schon... Das zieht schon viel zu doll runter, irgendwie. Tja. Tja. Das wird halt unsere kleinen Klemmin sein können. Naja, Fahrzeug halt auch wahrscheinlich halt auch so okay. Hätte er wahrscheinlich auch nicht damit gerechnet, dass er... Alter, das wurde aber zelebriert hier. Dass er dazu jemals in der Lage war, wahrscheinlich halt uns zu beenden. Naja, das ist ja trotzdem... Man sieht ja trotzdem den kleinen Jungen wahrscheinlich an ihm. Alter, es ist aber auch... Oh, komm, Mann, ey. Wow. Wer bist du denn, Alter? Hey, hey! Okay. Ich mache dich kalt. Who are you? What the hell do you want from us? Lee, what's going on? I saw someone standing there by the fence. Watching us. A walker? No, too fast. Took off like a bat out of hell when I spotted him. Was it a man or a woman? Didn't get a good enough look. What does it matter? I'm wondering if it's the same guy who's been following us. The guy on the radio. Also, ich folge mal weiter die Linie irgendwie hundertprozentige Ehrlichkeit mit der Gruppe. Also, ich gebe einen Tipp ab. Es war ein Mann. Walkers are one thing. But the thought of someone out there actually stalking us. Alright, that's it. We've stuck around here long enough. It's time to get back on track. Time to get down to the river and find ourselves a boat. I don't know if Omid's well enough to move yet. Well, he better get ready, because I'm going down to River Street right now to find a boat. And as soon as she's ready to go, we're moving out. Lass uns mal erstmal hier nach oben gehen. Also, wir müssen erstmal ein bisschen kurz mal durchschnaufen und mal, so wir jetzt zu Kräften kommen. Ja, kann's ja sein, aber wir noch nicht. Meine Fresse. Ruhig dich. Ja, Kenny. Trotzdem. Warte, kann ich nicht kommen? Meine Mutter und Vater können nicht weit weg. Vielleicht können wir sie mitnehmen oder hier lassen? Nein, nimm sie lieber mit. Dann weißt du, du kannst sie wenigstens beschützen. Konnte, konnte ich ja nicht, tatsächlich. Achso, schade. Also, glaube nicht, man konnte es jetzt schlecht lesen hinter dem Hintergrund. Hey, nicht mehr. Ich werde zurück, bevor du es weißt, okay? Okay. Die Lichter fern. Ich werde meine Kugel holen, dann gehen wir raus. Komm, Clem. Lass uns mal sehen, ob Omid nichts braucht. Aber ich bin ehrlich, ich trau ihr mehr als ihm. Ich bin ehrlich, ich bin ehrlich, aber ich fühle mich sicher, wenn du hier hier standest. Wie soll ich nicht auf das? Was bin ich? Eine Lüge? Eine Lüge? Ja, ja, ich fühle dich. Die alte Bratkartoffel. Und zuerst mit dem versteckten Zeug da beim Hotel, wo er dann nicht gesagt hat, dass er es war. Ja, das ist die Medikamente an die Penner eben, an die Madino. Genau. Dann noch Clemmi. Einfach zurückgelassen. Bei jedem Ladescreen bist du kurz weg, ey. Ist das krass? Ja, ja. Das ist, äh... Das breaks all together hier. So, aber scheinbar sind wir wirklich an so einem kleinen Küstenstädtchen irgendwie, weil ich höre schon Möwen. Möwen. Das suggeriert uns, wir sind am Meer. Oh, nicht aufteilen. Ja, ich weiß, ich weiß ja, Junge, aber wir müssen. Das Spiel verlangt es. Ja, wobei, ich hätte auch wie du wahrscheinlich Clemintay mitgenommen. So, einfach aus Sicherheitsgrund. Ich trau keinem von den anderen Pappnasen. Außer uns selbst. Ich trau doch nicht mal Kenny. Ja, Kenny ist halt jetzt instabil irgendwie. Ich meine, gut, er hat zwar jetzt auch den Plan, okay, Boot und weg irgendwie. Und ich glaube, bis dahin funktioniert er auch, aber darüber hinaus. Ja, doch. Aber auch schon in anderen, also in anderen Situationen hat er doch auch nicht das gemacht, was er sollte. Hey, äh... So, ja, willst du darüber sprechen? Worüber was? Worüber, was da hinten passiert, in der Atik? Nein. Du bist sicher, Mann? Ich meine... River ist gleich vor. Ja, er ist halt wirklich nur noch jetzt, er ist fokussiert. Ja, jetzt nicht schießen. Lass uns ein. Was in der Hölle ist going on? Ich weiß nicht, ob die Person, die diese Bälle ringt, könnte uns ein Feind machen. Was auch immer, Mann. Ich finde, wer das macht, ich ringt ihre motherfucking-Belle für ihn. Ja, Schimmer und die Klobe, der ist tatsächlich jetzt ja nicht unbedingt unser Feind. Es könnte aber auch sein, dass der jetzt die anderen dahin lockt, wo jetzt unsere anderen Leute gerade sind. Nee, das war ja eine andere Glocke. Die war ja weiter weg. Okay, okay, okay. War ja nicht die... War ja nicht die ehene Glocke. Was, wir hatten keine Bohne mehr? Ach, Scheiße. Oh. Das ist der Plan. Es ist der einzige, den wir hatten. Und du schweißst ihn in fronte von allen, wie du in der Haus warst, das nicht genau helfen. Ich schraue dich. Ich habe das nicht so einfach. Ja, was willst du dem Boot bauen, oder was? Hm. Das könnte immer noch seltsam sein. Und wie willst du es da rauskriegen? Ich habe gesagt, es könnte sein. Gib mir einen verdammt. Ich bin ein Fischen-Captain, nicht ein Miracle-Worker. Hm. Ich werde es schauen. Du schaust weiter nach der Wasserfront. Vielleicht ist es etwas am anderen Ende. Ich glaube, wir sollten nicht zu weit verbreiten. Wir müssen nicht. Siehst du das Teleskop? Du kannst es überall nach der Wasserfront von hier. Schau, was du finden kannst. Okay. Ich habe doch keinen Euro bei. Mal gucken, ob jetzt der Stievi was schönes entdeckt. Schöne Boot. Oder Zombie. Warum steht er überall? Stay out. Ach du Scheiße, Alter. Dahinter sind doch irgendwelche Leute, die sich doch verbarrikaliert haben, oder nicht? Also eine andere Truppe. Ich habe gerade die Kode der Urk. Sprecher. Pracht doch mal, ob die noch so einen Quarter für dich haben. Genau. Das ist immer 25 Pfennig für mich. Ja. Kann man sagen. Die Arme sind ein bisschen. Oh Gott. Ich will nicht weiter gehen. Was in die Hölle sind diese Markungen? Sie sind überall. Okay. Schauen wir mal hier rein. Jetzt hab ich gerade noch gesagt, wir sollen nicht so weit von Kenny weg oder so. Jaja, aber ich muss ja irgendwo die 25 Cent auftreiben. A, A, J. Überall hier. Ja. Können sie militärische Tags sein. Aber was bedeutet sie? 2-1-1. Okay. Guck mal, da hast du ja bestimmt ein Quartier. Aufständlich. Oh, da kenn die um Geld anhauen, sagt der Junge. Siehst du? Wär auch noch ne Idee gewesen. Ja, das wäre zu einfach. Vielleicht ist der Kenny noch ein bisschen Kohle. Oh, warte mal hier oben. Können wir eventuell... Aber hier oben. ... ... ... ... ... ... ... Guck mal kurz zu Kenny. In der Hoffnung, dass er ein bisschen Penunsen für mich hat. Okay, schade. Sehr schön gewesen. Oh, im Auto? Kleingelt? Also ich hab im Auto zum Beispiel öfter mal klangelt. ... ... ... ... Hm. Jetzt mag, mag der Ritzen rumpobeln. Hm. Scheiße. Hast du noch, beim Zeitungsständer hattest du noch ne Auswahl? Könntest du mir auch was nehmen? Na, können wir doch hier mit dem Fresh raufhauen. Locked. Locked. Gar kein Problem für mich. Ich hab Schlüssel. Was? Sieht hell aus? Sieht heil aus. Sieht heil aus. Jetzt nicht mehr. Ist doch gar nicht so leise. So. Das alles nur für ein Quarter. 20 Cent. So, na dann. Schauen wir nochmal. Fuck! Was ist mit dem Boot? Es wird nicht funktionieren. Hulls schraubt unter der Wasserlinie. Wenn jemand die Batterie ausgelöst hat. Du kannst es nicht fixieren? Ja, nein, vielleicht. Was? Was ist das denn? Ein Glück, besser als die Tod. So, dann schauen wir nochmal durch hier. Ja, das ist so schön. Okay. Jetzt ist nichts. Ist noch ein Steg. Keine Dote. Keine Booten. Keine Booten. Nur kaputtet. Auf dem Wasser. Keine Boote, um zu sehen. Der Talmud Memorial Bridge. Ich kann es nicht vorstellen, wie viele Leute versucht, über die Stadt zu fallen. Okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ist noch irgendwas oben beim Mast? Also, wenn du noch mal ein bisschen nach links gehst, ist da irgendwie noch... Nee, okay. Wider nur sagen kann, dass da noch etwas hängt, als Hinweis. Das ist mir leider nicht. Nichts. Nichts. Mist. Hm. Würde ich sagen, ja, nix. Tja. Oder sollten wir jetzt hier was triggern und finden? Also, ich habe jetzt auch keine Möglichkeit rauszugehen. Achso, okay. Du kannst auch nicht mal irgendwie... Okay, okay, okay. Also, wenn ich jetzt wahrscheinlich Escape drücke, weiß ich jetzt gar nicht, was passieren würde. Okay. Okay. Das ist dein Menü. So, dann schauen wir doch mal. Oh, guck mal. Ah. Oh, wer willst du'n? What the hell? Okay. Ah. Das ist dein Auditor. Komm! 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 Was hat... Assassin's Creed, mein Freund. Ist das so ein Junge, oder was? Das ist so kein, das ist so kein Erwachsener. Nee. Aber lass mich raten, der klettert jetzt da hoch und... ...geht in sein Versteck. Ich hab ihn aus dem Gebäude, nach dem Ende der Straße. Woher geht er? Ich habe ihn nach dem Neustadt. Das könnte sein, unser Bell-Ringer. Wie geht es? Wir schauen uns mal. Wir haben hier nicht zu kommen, um Probleme zu suchen. Ja, aber es scheint, dass es ein Weg gibt, um uns irgendwo zu finden. Schau, das könnte sein, der von der Radio. Der, der mit uns beschäftigt? Wenn er ist, dann können wir einen Ende für ihn. Jetzt! Okay. Du gehst auf den Mitte der Straße. Geht, ich gehe auf den Seite und schau dir die Flanke. Wir kommen auf ihn ruhig. Geh ihn mit Überraschung. Ich will nur mit diesem Mann sprechen. Oh, wir werden uns sprechen. Oh. Oh. Oh! 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 Hey, hey, hey! Scheiße! Das ist ein Mädchen. Krass! Nein! Clam? Bitte, nicht ihn zuhörst! Du bist nicht von Crawford. Bitte nicht. Crawford? Was? Cindy? Was? Jetzt, Alter. Jetzt brauchst du ihn nicht mehr. Kenny, nicht! Das war laut. Nein, er ist mit uns! Scheiße! Who the hell are you people? Ich hab dir erst gefragt. The name's Molly. Molly? Ich bin Lee. Das ist Kenny und Clementine. Wir suchen keine Probleme. Hi! Tja, ohne Clemmie wären wir jetzt wieder tot wahrscheinlich. Ich hab das Platte. Das stimmt. Oh! Hm! Sie fragte nicht unsere Lebens-Storien, Lee. Was ist das Problem mit diesem Crawford-Place? Du bist sicher, dass du wissen willst? Nein! Nein, das ist nicht. Als alles angefangen zu gehen, einige Leute zusammengebracht haben und die gesamte Gebäude entfernt. Leute, die bereit zu machen, um zu bleiben, um zu bleiben, zu bleiben, um die Menschen zu bleiben. Ich versuchte sie. Warum? Wir sagen, sie haben eine Zero Toleranz für jemanden, für jemanden, die nicht oder nicht, leben durch ihre Regeln. Also, wie du weißt, dass wir sie nicht? Weil es keine Kinder gibt in Crawford. Nicht mehr. Was bedeutet, keine Kinder? Warum nicht? Keine Kinder, keine Kinder, niemand mit einer Medikation mit einer Medikation. Im Grunde genommen, niemand könnte auf die Gemeinde sein. Crawford-Place geht um das zu leben. Das ist das, wie sie überleben. Während der anderen Welt um sie herumschraubt. Jesus Christ. Na ja, nur das Gegenteil, wenn du das denkst. Was genau Crawford gemacht hat mit all diesen... ...verdenten Dingen? Was hat mit ihnen passiert? Na ja wahrscheinlich schon mal auf sie. Oh fuck. Oh fuck. Fuck me. Ja, jemanden, der krank wurde, jemanden, der zu alt war, jemanden, der sie wusste, nicht stark genug, um zu leben. Nein. Für sie, diese Leute, das waren nur die Hände, eine Drain auf ihre preciousen Ressourcen. Oh shit. Wie weiß man das alles? Jeder in Savannah wusste, was passiert in Crawford war wie eine Geschichte ghost. Aber dieser war wahr. Ja, bringt die da weg. Na, wer hat die Glocken, Leute? Ah, nein! Wollte ich gar nicht machen. Mist. Ah. Nee, nee, nee. Ja, aber... Sie hat mit den Glocken auf jeden Fall. Sie hat mit den Glocken auf jeden Fall. Weißt du, wer die Glocken auf jeden Fall hat? Ja, das wäre ich. Ja? Ich wusste es! Lee, ich wusste, sie war die, die uns folgen. F*** mit uns! Geh die Finger aus meinem Gesicht, Grandpa, bevor ich sie direkt auf deinen Arsch. Ich habe dich nicht folgen, ich weiß nicht, wer die Leute sind. Ich mag die. Ich mag die. Ich mag die. Ja, well, wer auch, die Bellen zu diesem Morgen haben wir uns alle getötet. Sie haben die Mütte überall um uns. Das ist die Idee, Genius. Ich versuche, die Glocken auf den Weg. Ich versuche, die Bellen zu einem um die Laufenden zu fangen. Ich versuche, die Glocken zu fangen. Ich versuche, die Glocken zu fangen. Die Glocken zu fangen, die Glocken zu fangen. Macht man so. Ja, du weißt, wie am Karneval? Sie essen nichts, in der Glocken zu fangen. Das ist ziemlich smart, die Bellen zu fangen. Es dauert viel, zu fangen, zu fangen. Bunch of dummasses. Du musst nur schnell gehen. Gehen in und raus, bevor sie wieder zurückkehren. Ich versuche, die Leute wieder einmal. Sie sind nicht von Crawford, also wer du hier bist? Was machst du hier? Wir versuchen, zu überleben, gleich wie du. Und der einzige Weg, zu überleben, zu überleben, zu überleben, zu überleben. Ja, gut, zu überleben. Und mit dem, jemand mit einem Boot ausfangen, ausfangen, als die Leute mit uns zu essen. Einige, zu überleben, Crawford hat ihn für Fahrzeuge. Es muss da sein. Wenn es da war, denkst du, dass ich noch hier sein werde? Ich bin über jeden Inch von der Stadt. Das ganze Ort ist gezogen. Missed an. Oh, das ganze Zeit. Oh, das ganze Zeit. was ich? Was ist das? was das? Oh, was das nicht? Was das? Was das? Oh, Ja, du kannst sie weg. Ah nein! Ja, sie macht zuviel Klemme. Wäre es jetzt nur Kenny und Lee, dann... ...vorbei, vorbei? Kenny wieder vorbei. Oh shit. Ja und als erstes geht Kenny. Oh, schnell. Lass mich nicht überfallen, alter. Doch. Shit. Er kletter auf den Mülleiwahn. Schnell, ruft da an. Schübt die Hütte, man. Oh, nicht stopp. Oh, hebt man grün die Decke mit Fingern ein, alter. Hier, benutze das, um es zu öffnen. Prost, jetzt hier runter und los! Oh, Quicktime Steam. Ah, ich schüttere. Und los, drinnen. Oh, das war echt schön knappisch. Als ob die nicht da hinterher springen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Mann, alter. Oh Gott. Ja, wie. Wie nassen Obst, alter. Okay. Clementine, kannst du mich hören? Oh Gott. Oh Gott. Ja, aber ist jetzt Clementine, also Clementine mit Kenny und der Molly. Oder wie? Ich glaube, die Molly, die passt auf sie auf. Und Kenny passt auch auf sie auf. Ja, aber Kenny, Kenny ist doch verwirrt. Ja, aber trotzdem tut Kenny alles und wie für Clementine. Also da, 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 da macht man tatsächlich jetzt die Saison und wie. Ich mache mir eher sagen, dass Kenny irgendwas mit der Molly macht und... Ja. So, dass Molly ihn ihn einfach abknallt. Zum Beispiel. Oder zurücklässt. Also siehst ja, Molly, Molly hat ja jetzt auch Clementine rettet. Ja, die hätte uns wahrscheinlich gar nicht gerettet, wenn Clementine gar nicht da gewesen ist. Ja, wir wären tot. Die hätten uns ja am Anfang schon irgendwie... So, schön, schön hier. Vielleicht treffen wir dann die Turtles. So, was haben wir hier? Ah, klassischer Resident Evil-Rözel. Da brauchen wir ja natürlich erstmal... Finde das Rad. Oh Scheiße. Das ist bestimmt da in der Mitte von den Leuten. Oh Scheiße. Erstmal wegspülen. So, kann ich jetzt hier nicht einfach hin? Oh, 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 los! Ja, ja, ja. Oh, kannst du drehen. Okay, falsche Richtung. Aha. Duost! Duost! Achso, ich dachte, der geht duschen oder so. Shit. Ja, das ist jetzt auch keine geile Ecke da, irgendwie. Flupp! Aber vielleicht hätte ich erst mal zudrehen sollen. Oder? Weiß ich nicht. Meinst du, der andere geht dann weg? Der... ...voron steht? Na, jetzt steht der erstmal da. Also, ich würde jetzt nicht rauskommen. Und ich glaube auch nischt, um den irgendwie zu Stealth killen. Ah, aber der zieht ja da hinten ja weg. Ah, aber du kannst das Rad trotzdem noch abdrehen. Ist okay. Na, dann schauen wir mal. Vielleicht müssen wir nachher hier nochmal rennen. Kannst du nicht hinten weiter lang? Also, jetzt hier... Hier hast ein Gitter. Ja, und jetzt noch links, aber... Ah! Okay. Jetzt hat er aus wie ein kleiner Mini durchgekommen. Ah, okay. Da könnte laut werden. Ach, der ist... Okay. Tja. Schauen wir mal. Oha, okay. Sind... Also, mal blöd gesprochen. Bei Walking Dead sind die Viecher eigentlich wirklich blind und... Also sind die blind? Also... Theoretisch... ...dürften ihre Augen nicht mehr funktionieren. Sie... Sie sehen dich trotzdem. Sie nehmen dich wahr vom Geruch her auch. Ja, okay. Geruch und Lärm. Genau. Das heißt, wenn ich mich also anpasse in der Kaninisation, sprich mich da drinnen in dieser Suppe wühle, um meinen Duft zu vertunschen... Und ich mich leicht... Genau, das ist ja auch schon mitunter, äh, benutzen die das in der Serie ja als Strategie. Dann beschmieren die sich mit dem Ganzen die Schlabber und laufen dann durch. Genau. Und werden dann quasi nicht von den anderen wahrgenommen. Also... Das war jetzt nicht meine Frage. Genau, genau. Okay, okay. So. So, na, dann spül den Unrat weg. So. Okay, that's it. Ja, aber jetzt kannst du wieder zurück, weil jetzt hast du ja den Weg freigemacht und... Nein! 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 Hast du gesehen? Nein! Was? Was? Nein! Ich hab niemanden gesehen. Und ich hab' schack! Scheiße! Und ich hab' schack! Oh nein! Und ich hab' schack! Ich hab' schack! Ich hab' schack! Ja, die gehen erstmal hin und wollen alle ne Runde duschen. Erstmal sehen sie ja erstmal alle aus wie... Studenten. Mit so Collegejacken und so. Oder meinst du, dass der da Chuck ist? Das ist... Oh Gott, das ist wirklich Chuck. Oh Gott! Chuck! You must have tried to hide out down here. Poor bastard. Oh, er hat die Kanone. No bullets. You must have saved the last one for himself. You deserve better, old man. Uh, jetzt von hinten so. Mit der... Oh! 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 Uh! Das ist ja fies, Alter! Das ist ja fies! Das! Näh! 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 Und jetzt ganz schnell nach vorne und gib ihm... Hm! Sehr gut! Knapp! Och man Chuck! Oh Scheiße! Also ich hätte jetzt gewettet, dass du das nicht so hinbekommst. Okay. Ein bisschen mehr verrauen bitte in dich. Ja, ist okay, ist okay. So, aber ich sag mal, so ein Steigeisen hält ja auch nie ewig irgendwie. Das ist ja auch relativ leicht. Das ist ja nicht so am Hebeln oder irgendwas gedacht. Ja, aber vielleicht finden wir ja was anderes. Das ist ja nicht so am Hebeln. Das ist ja nur ein Sein. Das ist ja nur ein Sein. Okay. Gut. Können wir so rein? Das ist aber Mist. Können wir noch nicht mal hinschauen. Okay. Gut. Vielleicht ist in diesem Amazon-Paket etwas drin. Nein! Kaputte Leiter. Tja. Das Murks. Hier vorne irgendwas. Also wir brauchen was zum anscheinend aufhebeln, ne? Also, oder? What can we take? Vielleicht doch nochmal, warte mal, probiert man doch nochmal mit dem Steigeisen? Okay, meinst du? Ja, einfach, dass er vielleicht nur einen zweiten Anlauf braucht dafür. Ach, Mann. Ach, Chuck. Hat er nicht verdient. Aber Hirosh hat er... Er hat Clemmy gerettet. Muss man ganz klar sagen. Ne, macht er nicht. So, kann man das hier wegreißen, irgendwie. Äh... Haben wir noch einen weiteren Gang, den ich gerade noch gesehen hatte? Also hier vorne nicht. Ne, aber wenn du jetzt hier in den Tunnel gehst und... und jetzt nochmal so dich jetzt hier rechts hältst. Da... Ist das da so ein Gang oder ist das zugemauert? Okay, kommst nicht rein. Gut. Komm mal nicht rein. Komm schon rein. Komm schon rein. Komm schon rein. Komm schon rein. Okay. Können wir dann kommen dazu. Also wir müssen anscheinend hier... die Lösung der Forderung vorfinden. Ja, okay, aber wir haben jetzt nur die kaputte Leiter. Äh, können wir mit der... Also bis auf uns angucken, können wir noch mit der irgendwas anderes machen? Tja. Auf jeden Fall aushebeln. Ja. Es sieht aus wie jemand das verdammte Sache sah. Okay. Wir haben das schon versucht. Schon versucht. Ah. Ah lol. Hoch springen, um dann mit dem Steigeisen ranzukommen, ne? Hm. Mal gucken, was da für ne Sprungkraft hat. Bestimmt nicht wie Molly. Molly ist ja nur wirklich. Die macht ja Parcours. Als Robby oder so. Ja. Ah. What the hell? So. Aha. Irgendwas ist doch hier spanisch mit dem Schild. Pssst. So laut. Ich hoffe, er hat das Steigeisen mit eingepackt. Und da nicht liegen lassen. Ja. Hast du links, siehst du, der Elementar. Da hast du noch das Walkie Talkie und das Steigeisen. Ach Chuck. Das tut mir richtig leid an Chuck. Irgendwie. Also... Er war, er war, er war okay. Ja, er war okay. Ja, er war okay. Guter Mann. Guter Mann. Fall Out Shelter? Ja, willkommen in Vault 115. Okay. Oh, jetzt mal Nikashi machen, was? Vor allem auch mit den ganzen Vorräten und sowas alles. Aha. Aber hierfür darf man auf jeden Fall Medikamente bestimmt. Es ist nicht genug, um Menschen von Molli zu bleiben. Oder auch nicht. Na, na, nachher ist das hier Unterstück von Molly. So weißt du? Das kann natürlich auch sein. Das ist aber schön, dass wir nicht fest sind. Tür? Ah, guck mal. Lul. Wer, wer ist denn? Der, der hinten stand ist aber okay. Wer bist du? Es ist alles gut. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Es ist alles gut. Äh, ich will keine Probleme haben. Ich will nicht, entspannen nicht, entspannen nicht. Das ist aber auf jeden Fall nicht die Crawford-Geschichte. Nein! Ja, aber das kann er ja nicht wissen, ne? Ja, ich habe gehört. Du kannst ihn nicht vertrauen, Vernon. Du kannst ihn nicht verlassen. Was willst du mir machen? Schrauben ihn in die Hände? Warum nicht? Du bist mehr der Merse als jemand von Crawford-Geschichte. Denk, Vernon. Was denkst du, wenn sie sich finden, dass wir hier unten, direkt unter ihren Fuß. Verdammt. Du bist richtig. Ich bin sorry, Freund. Ich kann den Risiko nicht nehmen. Schau. Ich will das nicht tun. Wir sprechen, okay? Was zu sprechen? Du kannst uns nicht sagen, wer du bist. Mein Name ist Lee. Ich bin Historie-Professor. Und ich will nicht sagen, heute. Und ich glaube nicht, dass du mich möchtest. Ich glaube nicht, dass du mich möchtest. Oh! Komm! Komm! Wir sprechen über das. Vernon! Was machst du? Schrauben ihn! Nien! 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 Ich bin nicht hier, um dich zu hören. Du bist wirklich nicht aus Crawford? Nein! Ich bin wirklich nicht aus Crawford. dass er nicht beschädigt werden würde. Kein Platz für Schmerzen oder Krankheit in der kleinen Master Race. Du bist nicht so alt, also... Du bist krank? Wir sind krank. Wir sind alle Mitglieder der Cancer Survivors Group, die hier im Krankenhaus befinden. Aber das war nicht gut genug für Crawford. Sie haben bereits fünf von uns vor dem Rest haben wir zu holen und weg von ihnen hier. Dieses alte Basement hat sich verabschiedet für Jahre. Was ist das? Eine Kirche? Ja, die Ironie ist immer hoch auf meiner Liste, wenn ich einen Ort zu überleben. Wie hast du hier gefunden? Ich habe dir gesagt, meine Gruppe und ich waren auf dem Wasser, um ein Boot zu suchen. Jetzt möchte ich hier raus und sie wieder finden. Das System der Wasserstift, die du durchführt, läuft all über die Stadt. Es wird dich woher du willst. Aha. Diese Sewers sind wie ein verdammter Maze. Hast du eine Chance, dass du mir meinen Weg zurückholst? Schau, ich würde dir helfen. Aber wir haben alle unsere eigenen Probleme. Die zwei unserer Gruppe sind krank und brauchen konstant Wettbewerb. Und ich bin der einzige Doktor hier. Außerdem, warum sollten wir dir helfen? Weil, das ist deine andere Option. Was? Sieh, wie bist du denn aus? Ich bin nicht verraten. Ich bin nicht verraten. Aber ich bin nicht verraten. Herr, was machst du? Ich habe meinen Scherer gesehen, seit das alles begonnen hat. Ich habe zu viele. Wenn er ein Typ für die Verlust machen, hätte er schon gemacht. Ich heiße dich auf den Bluff. Ich bin nicht verraten. Nein. Warte, hör auf mich. Unless... Hat jemand in deinem Gruppe krank? Oder krank? Ja. Ich habe einen Mann, der ziemlich schlecht verletzt hat. Du wirst nicht ernsthaft mit ihm gehen? Ich habe einen O3. Verne, mach das nicht. Bitte. Wir brauchen dich. Nein. Warte. Ich werde zurück, bevor du es weißt. Geht's. Clementine? Clem? Wir sind jetzt wieder zurückgekommen. Molly? Oh, hey. Du hast es zurückgekommen. Wer ist das? Wer ist das? Ich glaube nicht. Ich bin derjenige, der auf ihn legte, als er mich auf den Riefer trugte. Wer ist das Fossil? Wo ist Clementine? Sie ist irgendwo bei uns. Schmerz dich. Ich habe sie und Kenny beide zurückgekommen. Du bist willkommen, von mir. Ich glaube, du hast etwas, was mir gehört. Tatsächlich ist es nicht schlecht, sie in der Gruppe zu haben. Sehr fähig. Lee, danke Gott, du bist zurück. Christa, was ist denn da? Es ist Omead. Er hat viel schlimmer geworden. Viel schlimmer geworden. Ist das der wunderte Mann, den du mir sagst? Ja. Wer ist das? Das ist Vernon. Er ist ein Doktor. Oh, danke Gott. Du musst uns helfen. Bitte. Ich werde sehen, was ich tun kann. Geh mich zu ihm. Oh, Omead, Honey. Du wirst alles gut sein. Lee hat einen Doktor gebracht. Okay. Schauen wir ihn an. Ich arbeite besser ohne einen Publikum. Ich bin sicher, dass du mehr Dinge von dir selbst zu betrachten hast. Okay. Dann ziehen wir dein Ding durch. Oh, okay. Gucken wir mal. Clementine, bist du hier drin? Wo ist sie? Durchsuche, Schrank. Clementine? So. Tja. Wo kann sie sein? Noch mal in den Schrank gewesen. Oh, was ist das? Clementines Zeichnung. These. Klemmens Zeichnung. Aber wo ist sie? Oh, ja. Klemmens Zeichnung. Klemmens Zeichnung, bist du hier? Ich bin da. 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 Das ist ja. Ich bin da. Scheiße, wo könnte sie sein? Hallo? Was machst du? Ah, du weißt, nur rumschrauben. Du findest nichts. Wir haben bereits das Ort gefunden. Du wirst überrascht, was die Leute missbrauchen. Trust me, ich habe das schon lange gemacht. Wo ist Clementine? Don't ask me, I'm not her keeper. Hey, do I look like I'm in the mood to be jerked around? Where did she go? Last I saw she was downstairs with your redneck friend and that college kid who hangs around with them. Why don't you go bug them? Die Musik wurde doch gleich ein bisschen dramatischer hier. Irgendwie. Wenn ich gucke nochmal aus dem Fenster. Clem? Clementine? Achso, nicht dass sie am Grab ist da oder mit? Naja, dass sie irgendwie da... gerade rumläuft. Okay. Clementine, wo bist du? Der Niemann-Mode. Der Niemann-Mode. Krass, er wird langsam richtig panisch. Kelly? Oh, hey, du hast es zurückgebracht. Guten Job. Guten Job. Was denkst du, du machst? Was sieht es aus? Wo hast du die Bottel? Ich finde sie. Du willst du wieder auf dem Trennen? Weil ich besser kämpfere, wenn ich scheiße bin. Kenny, komm mal, gib mir das. Kenny, gib mir die Bottel. Geh die Bottel von mir. Getting wasted ist nicht zu helfen. Ja? Na, was ist das? Wir sind gebeten. Molly sagte, dass nicht ein einziges Boot ist in Savannah. Keine Weg aus. Wir haben Walkers rund um uns. Das verrückte Bottel auf der Radio mit uns. Hell, wenn es jetzt nicht Zeit für einen Drink ist. Haben beide gesehen Clementine? Wir haben die Fahne noch. Ich muss hier irgendwo sein. Du bist heißer, Clementine. Aus dem Haus? Hey, nicht alles auf mich. Omid hat mich auf die Schmerzen genommen. Und Christa hat mich geholfen. Ich bin sorry. Ich mache das, was ich hier kann. Sie war französisch. Und Dinge waren ein bisschen verrückt. Ich habe Clementine gesagt, dass ich mich aufhalten habe. Was könnte ich noch machen? Das ist nicht gut genug. Alles klar. Geh mir nicht das alles, was sie ist. Ich glaube, sie ging raus, um in der Backyard zu spielen. Auf ihrem eigenen? Mit niemandem zu sehen? Mann, möchtest du mich aus meiner Beine? Sie ist gut da draußen. Sie wäre besser auf deinem Arsch. Alter. Was? Ja. Ja, 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 ja. Clementine, Clementine! Oh, nee, ey. Gehen wir in den Schupende? Ich glaube, dieser Schuppende... Vielleicht? Nerven in Bösen. Ich glaube, niemand kam durch den der Ecke. Hm, okay, hoffentlich. Wenn nicht, dass die nachher auf die Suche von uns gegangen ist oder so. Scheiße. Oh, warte mal, kann man nicht hier hinten schocken? Ah. Hast du gut gesehen? Na, komm, Clemmy. Oua. Bose, kleine, kleine Muttiobine. Ich würde jetzt lachen, wenn sie wirklich ein Boot gefunden hätte. Nein! Hahaha. Nice. Gut gemacht, Klemmensheim. Wow. Ich weiß, richtig? Gell. Na, Kenny? Wie sieht's aus? Blutsch. Ja, symbolisch lässt er die Flasche fallen. Jetzt ist nur die Frage, wie kriegen wir das Boot jetzt dahin? Das ist eine gute Frage. Autos funktionieren ja auch alle nicht. Die Frage ist halt irgendwie, ob man es schafft, jetzt irgendwie mit der Anzahl an Leuten das Ding da hinzuschieben. Über die ganze Strecke ist, also, boah. Da ist halt die Frage, wie weit das ist, ne? Ich weiß nicht. Omeid ist gut, wie kann es sein, als kann es sein, unter den Regionen. Ich hatte was, wie ich konnte für ihn. Ich habe die Wunde gesperrt, aber er hat eine wirkliche infekte. Er macht einen Fever. Oh, ohne Antibiotik. Denk auch, dass es fair ist. Will? Willst du die gute Nachrichten oder die schlechte Nachrichten? Wir müssen die schlechte Nachrichten wegwerfen. Die schlechte Nachrichten ist, dass sie uns nicht in den Formen genommen hat. Der Gas-Tank ist öfter und die Batterie ist tot. Was ist die gute Nachrichten? Das ist alles, was sie braucht. Gas und eine Batterie. Außerdem ist sie gut zu gehen. Wie müssen wir diese Sachen bekommen? Wir müssen zurück auf die Straße, um sie zu finden. Das ist nicht das Wichtigste. Wir müssen ausgerufen, dass wir nach Crawford müssen. Sie haben alle Gas-Tank und alle Batterie gesiefft. Es ist nichts übrig. Du hast das für dich selbst gesehen. Sie ist richtig. Was ist das? Was ist das? Sie haben alles, was wir brauchen. Vielleicht sollten wir da versuchen. Jetzt warten wir einen Moment. Wir müssen da versuchen. Wenn es Menschen in dieser Stadt gibt, die immer noch leben, die immer noch haben, was es gibt? Was kann es fragen? Fass mich. Sie wissen nicht diese Leute. Ich weiß. Sie sind mit einem Wunderschönen? Sie können auch ein Wunderschönen. Sie sind nicht genau die Kinder mit den Arm auszüllen. Was für ein Wunderschönen? Der Schöne? Aber ich sehe nicht, welche andere Wahl wir haben. Und wie genau du denkst, dass wir das tun? Weil, von dem ich gehört habe, das Wunderschönen ist nicht ganz freundlich für die Außenseiter. Das ist schuldig. Es muss ja irgendeinem Weg sein, wie wir da nicht entdecken können. Wir müssen eigentlich nicht weg sein. Ich weiß, dass das Wassersystem, das mit dem Wunderschönen läuft, wie ein Wunderschönen. Ihr dürft ja nicht, dass wir eine Lippe haben. Ja, das stimmt. Ich glaube, ich könnte uns durchlaufen, damit wir unter den Perimeter gehen können und direkt in den Zentrum, wo sie ihre Suppe behalten. Wir kommen direkt hinter ihnen, nehmen sie mit Überraschung, holen sie was wir brauchen, und rauskommen, bevor sie überhaupt wissen, was sie verletzt hat. Das ist eigentlich nicht die schlimmste Idee, die ich schon gehört habe. Ich meine, es ist knapp, aber ich weiß nicht, vielleicht könnte es funktionieren. Ich habe schon gedacht, aber ich habe noch nie die Leute zu tun. Aber ich denke, wenn wir alle zusammenarbeiten, wir können es wegziehen. Und was willst du für all diese Hilfe für uns? Garfurt nicht nur haben, was du für dein Boot brauchst. Sie sind auch sehr gut mit Medikatorien, Medikatorien, die meine Leute nutzen können, wie du sie können. Wir können das tun! Wir müssen das tun! Wir können 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 das tun! Man, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, aber ich würde lieber eine Chance machen, etwas zu tun, als einfach zu sitzen, hier zu warten, zu sterben. Das Boot da ist eine Beobachtung. Wir müssen das tun! Wir müssen das tun! Wir können das tun! Wir müssen das tun! Wir müssen das tun! Wir müssen das tun! Ich werde mir das mit meinen Leuten wissen! Ich gebe euch alle eine Chance zu vorbereiten! Ich werde nachher nach der Nacht! Bekiratig! Das ist ja, ich bin immer noch nicht! Wir müssen das! Fertig! Die neue Leute sind dort! Wir müssen das mit meinen Leuten orientieren! Wir müssen das mit meinen Leuten ablesen! Wir müssen das mit den Sack! Wir können das mit den Sack! Untertitelung des ZDF, 2020